So, jetzt sind wir am richtigen Fischmarkt angekommen. Hier haben wir offensichtlich Thunfisch angelandet. Das sieht schon recht aufregend aus. Hallo! Hallo! Ich bin aufregend. Es ist Thunfisch, oder? Thunfisch. 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 Okay. Thunfisch. Okay. Nice. Aber hier geht es schon in der Tat sehr rustikal zu. Mir ist es schon fast peinlich, dass ich jetzt hier bei einem Tanga rumlaufe. Aber vielleicht kann ich jetzt auch nicht verhindern. Sensationell. Ich glaube, da muss ich nochmal separat mit dem Tuk Tuk hinfahren und mir das ganz genau anschauen. Es sind riesige Fischhallen da hinten. auch für die Fischköpfe gibt es noch Verwendung. Abend scheinen das ganz gerne zu essen. Abend scheinen das ganz gerne zu essen. Abend scheinen das ganz gerne zu essen. Was ist das? Was ist das? Ist das ein Shark? Manta. 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 Ja, hier geht es wirklich mal so. Ja, hier geht es wirklich mal so.